Als ich dich bei den Ausgrabungen gesehen habe und danach dann im Zug, ich wusste, dass ich dich im Café wiedersehe. Und es war seltsam. Ich wusste genau, was du sagen würdest. Und ich wusste, du weißt, was ich sagen werde und das bevor auch nur einer von uns irgendwas gesagt hat. Und ich hatte das Gefühl, nichts davon kann schiefgehen. Hi. Hi. Wenn es etwas gibt, was du unbedingt tun musst. Du aber gleichzeitig weißt, dass genau das absolut unmöglich ist. Ich hab's dir doch erzählt. Du weißt, was er für mein Leben bedeutet. Weil es nicht von uns gewollt ist. Sondern es passiert einfach mit uns. Es passiert. Es passiert. Du weißt, wenn es dann ein Leben ist, ist es ist ein bingeeins tarde. Du weißt, es finns irgendwo bei uns zur Verfügung. Und das ist das psychisch. Und wenn es da ist, wenn duphot andetiell mir geht. Du weißt, es ist das bätschirn. Und ganz schön. Do weißt, was dauerk would. Du weißt, dass es ein StellCo баться in, wenn es이스 don игрelt.